wir machen ein neues Minecraft Let's Play das heißt Skyblock das ist ein bisschen schneller voran, das ist ein anderer Art von Skyblock also nicht das originale, aber ok wir haben schon eine Steinformmaschine gebaut ist ein bisschen anderesartiges Gameblock, aber ok da haben wir noch ein bisschen hochgezogen so, ja, wir haben auch schon vieles Mal das Duch selber gezockt, aber wenigstens komme ich nicht weiter da komme ich zur Zeit nicht weiter so viel machen ohne Knochenblöcke da wollen wir mitmachen, auch wir machen mit Tja, ich habe noch mit Serien so eine Maschine gebaut und damit können wir eine Menge Steine farben das ist schon gut so ich will mir erstmal eine Farbe bauen, weil so was, keine Ahnung, aber so was, keine Ahnung, aber so was ist ein Steinhacker so was ist ein Steinhacker die Bremse sammeln wir hier ein in den Trichter die Samen pflanzen wir hier ein in den Baum kommt der erste Haus ein das 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 ja genau scale block heißt er glaube ich scale block ist er eigentlich so gesagt eben es ist ja nicht das originale, weil es einen Playstation 3 leitet und das originale ist ein bisschen zu schwierig das originale scale block ist ein bisschen zu schwer wenn die Bilder verschwunden sind, fahren wir uns erstmal nochmal hoch jetzt verregnet ein Tag hier hier Das war. fangen wir gleich mal an ein schönes Haus zu bauen ich sagte nicht so hässlich dabei verliebt mein Leben, ja sollte es mir egal sein genau gemessen nein oder hoch 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Come on. Um... Nach Blumen kann man aufpflanzen. Erstmal richtig ist das Holz zu ernten. Dann müssen wir noch eine Frage machen. Hier durch die Marike nebenan. Oder ich mache so eine Farbe in meinem Haus, so wie auf der Vee damals. Das sieht doch mal so aus. Schöne Kraftlandschaft. Das ist eigentlich überhaupt Äpfel spawnen. Das ist Wahnsinn. Ich brauche mehr Stoff. Dann mache ich mir einen hübschen Ofen. Und... Und... Stellen wir Kohle her. Gibt es da bloß Holzkohle und keine Steinkohle. Hier ist der Unterschied. Hier ist der Unterschied. Ich brauche. Und... Ich brauche. Ich brauche.